Ich glaube, da ist plus 5 Minuten besser. Und wir sollen halt auch nochmal zu Boris gehen. Was sagt ihr dazu? Sollen wir dann nochmal zu Boris oder wollen wir erst einen Ball-Temple dann machen? Ja, noch besser. Lol, 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 armer Zelda-Junge. Wieso denn armer Zelda-Junge? Ich spiel doch gerne mit euch. Boris. Ihr wollt zu Boris. Okay, aber wir machen erst das im Wald, weil, ähm, ich würd Boris dann gerne mit den Hasenohren machen, dann ist er leichter. Boris klingt gut. Finde ich gut. Aber ich könnte mir vorstellen, wohl, ich glaub wir haben in der Kiste schon ein Herzteil nur gehabt, ne? Wir müssen hier halt noch die ganzen Hühner sammeln, das wird auch noch schwer. Das wird auch noch lustig werden hier alles. So. Erstmal blaues Feuer. Aua. Hilfe. Ah. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Übrigens, was super lustig ist, ich bin bei Jigis of Time, bei Benjongazooie auch gerade im Wald-Tempel. Ähm. Alter, ist der heftig. Dieser Wald-Tempel, der ist so schwer. Das werdet ihr jetzt in den nächsten Parts sehen. Das ist auch... Baa. Alter. Ja, heftig deftig auf jeden Fall. Das wird eine Geduldsprobe mit den Hühnern, da wir nicht wissen, wo sie sich rumtreiben, ja. Also vom Hühnern sammeln gibt es ein Herzteil. Wäre halt schon geil, wenn wir das bekommen, ne? Aber keine Flasche, schade eigentlich. Flasche wäre auch nice gewesen. Oh Gott. Äh. Ne, warte mal, hier ist falsch. Giggies of Time ist so toll, ich freue mich mega über dieses Projekt. Macht auch mega Spaß, aber alter. Manchmal echt hardcore schwer. Also ich habe jetzt schon öfter kleinere Wutausbrüche gehabt, sag ich mal. Oh ja, ein paar Bomben, sehr schön. So, wir müssen einmal zu dem Horror-Kit, warte. Sahias Song vorspielen? Ne, warte mal. Doch. Nicht Sahias Song, Song of Storm. Hä? Bombiger Song wieder. Ne. War doch Song of Storm, oder? Da gab es, glaube ich, ein Item. Oder war es nur Sahias Song? Sahias Song haben wir ja schon vorgespielt. Quatsch. Sahias Song haben wir schon gemacht. Bin ich doof? Ja, Sahias Song haben wir ja schon gemacht. Wir haben ja schon die Maske gegeben. Vorher ging es ja nicht. Das haben wir schon gemacht. Habe ich irgendwie voll vergessen. Finde Banjo auch geil. Sehr gut. Banjo-Kazooie war auch im Original sehr schwer. Du schlägst die sehr gut, finde ich. Das finde ich toll. Danke. Ähm. Ich finde halt, an sich finde ich Banjo-Kazooie ziemlich cool. Das Einzige, was richtig schwer ist, finde ich, ist die Kameraführung. Weil die geht immer so komisch auf einmal weg. Oder du kannst die dir nicht so richtig orientieren, wenn du springen möchtest, wie du das gerne hättest. Das ist immer so ein bisschen, das ist das Einzige, wo ich sage, aaaaaaah. Ja. Aaaaaaah. Akasam. Okay, wir können jetzt 50 D-Gunisse tragen. Naja. Beim letzten Mal mache ich das meist entweder über die Wand oder ich stelle mich ganz nach links oder rechts und lasse dann schräg über den Boden gleiten. Ah ja. Repeat Gaming. Hallihallo erstmal. Schön, dass du da bist. Ich glaube, du hängst noch ein bisschen zurück. Kann das sein? Weil wir sind schon im Wald gerade. Und du hast gerade angefangen, über, äh, Dinge zu reden. Oder vielleicht hast du auch einfach gerade drüber geredet. Hallo, Maike. Kann natürlich auch sein. Ja, die Kamera war schrecklich. Ist leider so das Einzige, was mich ziemlich stört an Banjo und Kazooie. Ansonsten könnte man das so gut spielen, glaube ich. Mit, mit der Kamera ist das halt aktuell alles so ein bisschen schwierig noch. So, ähm. Ja, würde ich sagen, jetzt gehen wir die Maske holen zu Boris und dann an den Waldtempel, oder? Was sagt ihr dazu? So, die Reihenfolge? Also, äh. Ah ja, okay. Wir holen uns jetzt die Hasenohren zurück, damit wir im Rennen gegen Boris schneller sind. Holen uns noch ein Item von Boris ab. Keine Ahnung, was das ist. Wir werden sehen. Und dann ab in den Waldtempel. Das ist der Plan. Bam, 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 bam. Wirst du noch Jigis of Time Banjo-Kazooie Grotildas Mask spielen? Ähm. Nee, ich plane danach erstmal wieder ein paar Randomizer. Ähm. Als erstes auf jeden Fall einen Twilight Princess Randomizer habe ich jetzt schon in Angriff genommen, das ist schon teilweise alles vorbereitet. Sobald dann Paper Mario beziehungsweise Banjo-Kazooie zu Ende ist, wird da erstmal der Randomizer von Twilight Princess starten. Und nach dem anderen Projekt wird dann äh Minish Cap Randomizer starten. Den machen wir auch noch. Die zwei Projekte plane ich gerade. Beziehungsweise sind schon fast fertig. Und ja, mal gucken, was wir sonst noch so machen. Hm. Ja, Randomizer ist gut. Bin nicht so Banjo-Fan und Paper Mario. Hm. Ja. Ähm. Möchte ich auf jeden Fall auch erstmal wieder dann so machen. Ich, ich finde halt Randomizer auch aktuell super geil. Sodass zumindest immer ein Randomizer läuft und vielleicht ein Nebenprojekt so. Kannst mal das ungefähr so machen. Dass da für jeden immer was dabei ist. Und wie gesagt, ich bin ja auch jetzt immer wöchentlich dabei. hier den Livestream ähm zu machen. Und hätte gesagt, wir machen danach auch wieder einen geilen Hack. Irgendwas krasses, was ich noch nicht kenne. Und auch wieder mit Death Reel. Sowas machen wir auf jeden Fall. Am liebsten mag ich Randomizer von Majora's Mask kochieren auf Time. Das machen wir auch noch, ja. Auch so ein Misch-Randomizer. Wie findet deine Frau ist eigentlich, dass du Streams beziehungsweise YouTube machst? Mag sie auch Zelda? Sie ist jetzt da nicht so der. Also sie zockt auch gerne mal, ähm, aber eher so, ja, so ein bisschen aufbaumäßig irgendwelche Spiele wie, ähm, House Flipper oder, äh, wir spielen aktuell unseren, ähm, Supermarkt-Simulator so ein bisschen nebenbei. Aber so Zelda an sich ist sie jetzt nicht so der größte Fan und, ja, dass ich streame, das akzeptiert sie halt und unterstützt mich dabei. Und, ja, das ist eigentlich so der Grundgedanke. Das war's eigentlich schon. Ähm, sehr cool, mit Minish Cap, da freue ich mich auf Trail of Princes, eines der besten Spiele der Reihe. Ja. So, let's go. Jetzt sind wir auch wieder schneller unterwegs. Bam, bam, babababam. Voll lieb vom Link-Mädchen. Klar. So, wir holen uns mal noch schnell Geld, oder? Oh. Oh, oh. Nein! So, jetzt gehen wir noch schnell zu Boris und dann aber ab, in den Waldtempel. Warum habe ich gerade diese Kampfmusik im Ohr? Wollen wir nochmal in das Haus da oben reingehen, Leute? Was sagt denn dazu? Ich fand das toll. Den Brunnen? Wir können auch den Brunnen machen, oder? Theoretisch könnte man den Brunnen auch schon machen. Absturz! Kannst du gerne probieren. Kennst du noch das Spiel Böse Nachbarn? Ich habe das gerne mal auf dem Gamecube gespielt. Und auf der Switch ist es auch sehr cool. Ne, sagt mir gerade nichts. Bad Neighbor heißt das, oder wie? Aber vorher ein Safe State machen. So, jetzt erstmal gucken, ob wir von Boris was bekommen, ne? Wie sieht es eigentlich aus? Ich will mal kurz in meinen Status reingucken. Alter, wir haben 50 Krabbelminen. Holy moly. Okay, können wir aber bestimmt gut gebrauchen irgendwie. Degu-Schild sollten wir uns mal... Ach, komm. Hey, wie cool ist das? Ich kann als junger Link zwischen den... Tunikas wechseln. Hey, das ist ja voll cool. Ich verwirre mich selbst hier, haha. So. Jetzt geht's ab hier. Miau. Miau. Aua. Miau. Hm. Im Haus mit der Kuh liegt ein Degu-Schild. Stimmt, da können wir auch nochmal kurz vorbeigucken dann. Können wir uns das zumindest wiederholen. So, das lief doch ganz gut, Leute, oder? Und wieder schneller als Boris. Bin gespannt, was kriegt man? Was meint er? Noch ein Herzteil? Noch ein Herzteil. Okay, cool. So, in den Farben gefallen mir die Tunikas. Ja. Bin auch gespannt, was da noch kommt. Mit den Haaren so zusammen passt das auf jeden Fall. So. Und dann da hoch. Okay, jetzt gehen wir mal kurz nach dem... Schild gucken. Im Haus mit der Kuh. Aber von hier oder von... Von wo war'n das? Warte mal, so. Äh. So. 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 War das hier? Ah ja, stimmt. Dankeschön. Perfekt. Haben wir noch wieder so'n Schild? Ich find's auch ultra schwierig, mir Gesichter und Namen zu merken. Ich hab' jetzt, äh... Ich arbeite jetzt schon zwei... Naja, fast drei Jahre in einem Unternehmen, wo tausende Chinesen rumrennen. Am Anfang sahen die alle gleich für mich aus. Und die heißen ja alle Shang-Chu, Xing-Chao. Und was weiß ich, ne? Und alter, das war am Anfang echt richtig heftig, mir da irgendwas zu merken. Teilweise hab' ich jetzt noch richtig Probleme damit. Aber am Anfang sahen die halt auch alle gleich für mich aus. Hab' die am Anfang auch öfter mal verwechselt miteinander. Das war schon ziemlich heftig. Das war schon echt übel manchmal. Mittlerweile geht's ganz gut. Und sind jetzt auch mittlerweile schon wieder ein paar weniger geworden. Aber, äh... Vor allem haben die auch teilweise englische Namen dann angenommen. Männliche Asiaten sehen meistens sehr gut aus. Aha. Aber die sind alle ziemlich klein. Die haben meistens alle die gleiche Statur, die, äh... Chinesen. So, ähm... Kennst du das Spiel Diddy Kong Racing? Da würde ich gerne auch mal wieder einen Spielsporn spielen, wenn der wieder verfügbar wäre. Das geht. Meistens sind die ein Stückchen größer als ich. Ah, okay. So, Hasen und Hammer. Wir machen uns jetzt erwachsen, ne? Let's go. Auf geht's. Ey, ist so geil. Ich liebe die Hasenohren. Hier sind die nicht Sans oder waren das die Japaner? Was? Die Größe ist egal. Auf dem Charakter kommt es an. Das stimmt. Voll die Vorurteile. Ähm. Ja, normalerweise schon. Aber es ist halt wirklich so. Also, ich kann es nach drei Jahren Erfahrung bestätigen. Das soll jetzt auch kein Vorurteil sein. Die meisten sind wirklich relativ klein. Also, ja, ich sag, was heißt schon klein, ne? Aber ich sag mal, die... Es gibt jetzt keine so übergroßen, so Chinesen, die 1,90 sind. Davon, äh... Siehst du super selten mal jemanden. Oder 1,80. 1,80, 1,90. Davon siehst du eher selten jemanden. Sag ich mal. Die sind schon alle so 1,60, 1,70. 1,50. Ich hab auch schon ganz klein gesehen. Der war 1,40. 1,40. So, Leute. Jetzt geht's aber in den Waldtempel. Wir haben einen Hookshot endlich. Ah, Epona war das auch schon. Cool. Sehr schön. Jetzt wird gehookshottet. Kommst du dir nur so vor, oder sind die Haare sonst schneller als in Majora's Mask? Kann schon sein. Vielleicht wurde da ein bisschen was dran gedreht an der Geschwindigkeit. Ich freu mich, denn ich kann jetzt gleich, ähm... Rerollen. Ist das nicht schön? So. Tepe. Rerollen. Noch freust du dich. Okay, ja. Äh. Hm, 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 hm. Aber jetzt hätte ich gerollt eigentlich. Ich hab gerollt? Wann hab ich gerollt? So, Desperado 0,0% und zählt ihr, Junge, Stream. Und mit euch gibt's was Schöneres. Ich weiß nicht. Sag, tu es uns. Plus für Minuten. Strafarbeit. Strafarbeit. Ich will, ich will den Beweis, ich will das Beweisfoto sehen. Wo ist das Beweisfoto? Der Brücke. Was für eine Brücke. Ich kenn keine Brücke. So. Leute, jetzt geht's rund hier. Unser Enterhagen. Schön, ich freu mich. So. Hallo. Äh. Du bist gerollt. Alle haben's gesehen. Kurz vorm Eingang zum Gokiri-Wald. Oh, guck mal. Wir haben so einen neuen, neuen Punkt. Seht ihr das? Also normalerweise ist das nur ein Punkt. Und jetzt sind wir wie so ein Fadenkreuz. Das ist schon früh. Genau. Jetzt müssen wir bei 15 Minuten sein, theoretisch. Äh. Meine Güte ist der Weih zurückgeprallt. Entwickler hat's gut gemacht. Ja. Gibt zwar ein paar miese Dinge, wie zum Beispiel den Enterhagen irgendwo auf dem Dach zu verstecken, wenn Boris sagt, der hat's beim Grab verloren. Aber, ja. Der Entwickler hat's gut gemacht. Hi. Du, 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 du. Hi. Du, 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 du. Du, 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 du. So, hier ist grad keiner. Äh. Äh. Ich würd gern mal noch ganz kurz hier so reinhüppen. Ja, okay. Das ist halt echt doof, ne? Ist echt komisch, dass das Spiel da an der einen Stelle abgestürzt ist. Ähm. Haben wir hier irgendwas? Irgendeine Schatzkiste oder so? Ich will nochmal kurz durchgucken. Nö, ne? Der Boris hat es ja auch beim Grab verloren, nur der andere hat es dann vor dir gefunden. Wie im Real Life. Toll. Beweisfoto auf Discord. Na toll. Oh, da ist ja noch ein Loch. Waren wir da schon drin, ne? Ähm. Da waren wir schon drin, okay. Da wurden die ganz tollen Schätze auch schon gefunden. Auf dem Friedhof. Du, 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 du. So, da kommt der Obermago. Ne, im Real Life. Wisst ihr was? Wir haben auch nen, äh. Das ist Schwert, ne? Ein Zweihänderschwert. Für besondere Kämpfe. Was sehen meine Augen da oben? Hey, let's go home. Was? Wieso? Hä? Wieso let's go home? Jetzt gibt's erstmal Musik von Chic. Geh nach Hause. Bambambam. Hey, Bro. Hey, Bro. Toll, jetzt hab ich auch nen Ohrwurm. Wovon hast du nen Ohrwurm? Ich hab von der Kampfmusik die ganze Zeit so nen Ohrwurm. Ich hab schon gekrotzt. Ja. Okay, gut. Wie war das? Ich hab ust. ύber. Ich hab's W ohrwurm. Ich hab's Was. Ich hab Frau